hallo und willkommen in der steinchenwerkstatt ich bin ja und das thema gbc geht weiter und ja ich weiß jetzt haut der kerl wieder mit fachbegriffen um sich ja für alle die nicht wissen was gbc ist soll ja auch die neuen unter euch geben gbc steht für great ball contraction und zwar bezeichnet das modulare aufbauten von murmelbahnen kann man kann man so sagen ja also sowas wie diese mabel run oder der rainbow stepper ja beide erschienen bei mold king sind beides murmelbahnen kann man kombinieren und dann kriegt man eine große und wenn man mehrere kombiniert fällt das alles unter dem sammelbegriff gbc great ball contraction ja soviel zu den standard infos ich bin ein absoluter fan davon geworden muss ich zugestehen und nicht nur ich sondern meine ganze family wir sind hin und weg von dem thema nachdem wir das gute stück hier gebaut haben beim falco habt ihr bereits den rainbow stepper gesehen die 26004 ich habe euch vor kurzem die 26002 von mold king gezeigt den mabel run und bei diesem grundstück habt ihr mich schon in den kommentaren gefragt kann man das noch erweitern geht das weiter kann man das vielleicht auch mit dem brain post kombinieren und das soll doch demnächst was neues kommen ja da soll was neues kommen ich habe schon hier und kann man das alles kombinieren und genau darum geht es heute zum einen werde ich das bauen aber ich denke mal technisch wird das hier nicht so viel hergeben dass man davon ein video machen kann beziehungsweise wird auch kommen klar selbstverständlich wer davon auch im bautech kommt aber primär geht es am schluss um das kombinieren vielleicht noch ein kleiner nachtrag zu dem video von der murmelbahnen da habt ihr mich sehr viel in den kommentaren gefragt zum einen habe ich die video beschreibung eingeht aktualisiert da sich aufgeschrieben habe anhand meiner längen von diesen hoses wie ich die mir aufgegliedert hatte mittlerweile habe ich kommentare erreicht dass bei euch die teilweise kürzer sind dann müsst ihr die liste natürlich anpassen wie ich die liste aufgesetzt habe meine tabellen kalkulation habe ich auch noch mal und in der video beschreibung von der mailbank erklärt ansonsten kann ich sagen habe ich die mittlerweile sehr gut ausgerichtet kriegt bei mir läuft sie zu sagen wir mal 98 99 prozent sauber durch da fliegt mir selten nur noch ein ball durch die gegend wie gesagt nicht 100 prozent ab und zu fliegt immer noch mal einer rum aber ich habe sie sehr gut ausgerichtet kriegt hatte alles was mit diesen sieglems hier zu tun ich habe mir quasi noch einen neuen tunnel gebaut und jetzt läuft sie mittlerweile einwandfrei werdet ihr am schluss des videos sehen genauso wie den stepper den haben wir uns noch zugelegt wie gesagt ihr habt ja schon mal im video bei falco gesehen wir haben jetzt am vergangenen wochenende gebaut tolles ding macht spaß macht laune läuft einmal frei man kann sie auch sehr gut kombinieren hatte ich schon getan läuft gut kleiner fun fact am rande die box von dem stepper das ist die kleine passt wenn man sie umdreht in die große und man hat eine schaffel die geschlossen ist und die bälle nicht mehr raus so dann kommen wir noch mal zum vorhaben von heute wie ihr seht hier ist noch alles original verpackt guck mal rein diese bauschritte uns erwarten es dürften nicht viele sein harte fakten fangen wir mit den harten fakten an ihr habt ja recht so also wir haben es heute zu tun mit smoking der 26 008 ein bauspaß von 1508 teilen und zwar der hub track ja auch hier steht jetzt auch drauf great ball contraction gbc system hier drin werden sich wahrscheinlich die power functions befinden davon gehe ich mal aus wobei die sind recht überschaubar nämlich ein xl motor und eine batterie box die bedürfen die bedarf drei sechs trippel ab batterien also wird mit 9 volt betrieben er ist ja ganz auf holz deswegen habe ich mir schon was gebaut hier hinten werdet ihr auch später video noch zum sehen wie es zum einsatz kommt ich habe mir sagen damit wird strom verbunden da kann ich auch alle will nicht gleichzeitig über einen port laufen lassen dass die ganze sache ein bisschen angenehmer ich weiß gar nicht seit wie lange ist das jetzt mal wieder ein antötigen bei mir ja nummer 2 nummer 1 nummer ja also hier sind 123 bauschritte noch ein kleiner vierter und eine tüte pins dabei ja also das werdet ihr meinen gbc's generell nicht sehen blaue pins die tauschen von vornherein gleich aus weil wir finden das thema so ratten scharf also mit mir meine familie und mich dass wir überall die schwarzen fans gleich austauschen das bauen wir uns teilweise dann auch als deko auf und ich kann euch mal schon mal verraten bei molting ist jetzt zwar noch nichts neues angekündigt in sachen gbc's aber bei mir auf dem kanal ich habe mir noch zwei weitere bestellt geht in das thema mock rein aber es kommen noch mindestens zwei weitere gbc's bei mir weil wie gesagt ich bin für das thema jetzt vorher in flamme und da wird einiges geben in nächster zeit weil es ist faszinierend ja erwachsener mann der mit kleinen bällen spielt was gibt's schöneres ja so nicht lang gebabbelt relativ stein und los geht's bauschritt nummer drei und ein bisschen ist das ja bauschritt nummer eins war jetzt quasi hier unten diese basis bauschritt nummer zwei war die plate im hintergrund steht die zeige ich euch noch mal gleich im detail und die drei war ich so die deko jetzt oben drauf und den rest von der drei habe ich noch hier neben mir liegen ja die übersicht über den bautisch hier seht ihr noch die batterie box ich habe ja noch eine von den von der murmelbahn und von dem stepper deswegen brauche ich jetzt erst mal nicht aber wie ihr sehen könnt ihr steht auch noch mal drauf triple a batterie sechs mal ja also das ding ist ein ordentlicher batterie killer das ist mittlerweile die beute und das was ich ausgetauscht habe warum da so viele u-joints drin liegen sage ich euch gleich das hier schon mal ein bisschen fleiß ab bald gewesen 27 mal das gute stück hier bauen und das kommt dann nachher auf die achse rum drauf und gibt dann quasi die habe unten war das ist eine fleißarbeit also jeder der ketten knüpfen mag mag auch das hier man ja noch ein paar lebt aber wie gesagt ich bin noch mit dem bauschritt nummer drei drin und hier sind noch weitere teile davon so das war die übersicht die bauanleitung noch mal ganz kurz erwähnt molking 26008 great ball conception haptrack ja 1508 teile bauspaß so ja wir kriegen erklärt wie wir den motor verbinden soll mit unserer batterie box und dann werden wir auch schon gleich ins modell geworfen geläuft soweit ganz gut ein fehlteil hatte ich das musste ich ausmerzen und das war auch schon ziemlich am anfang hier da hat nämlich das war am anfang von sparsche nummer zwei da hat mir eine plate gefehlt eine zweimal zwölfer plate hat mir gefehlt die hier drin sitzt und die habe ich dann letztendlich ist jetzt zwei mal sechs mit zwei zwei mal sechs ausgetauscht da sich nicht kannte das sollte eine durchgehende sein die hatte mir gefehlt okay kann mal passieren nicht schön aber kann passieren ansonsten bauanleitung sehr übersichtlich und was soll ich sagen molking haut schon gleich auf seite 10 einen fehler rein bzw sie hauen ihn nicht nur rein sie haben ihn auch so vom designer her übernommen auch in seiner anleitung die übrigens kostenlos bei rebrickable runterladen könnte ich werde den link in der video beschreibung niederschreiben ist diese vierer axi oben die hat auch der designer so da drin was ich jetzt vom designer unterscheidet ist der designer hat hier nur eins von diesen elementen drin molking setzt jetzt zwei rein okay der designer setzt auch hier den motor ein wir haben hier hinten den xl motor das sind so die größten unterschiede beziehungsweise die zahnräder hier sind beim designer rutschkupplung zahnräder und hier haben wir diese grauen 24 zahn zahnräder ja wo ging es jetzt hier von zwei stück ein das ist jetzt noch nicht weiter tragisch ob eins oder zwei und hier sollen wir dann eine vierer achse einsetzen diese hier klingt auch erst mal ganz gut und man fummelt sich da so ein bisschen hin und dann klappt das auch einigermaßen naja wir gehen mal zum modell dann kann man nicht solch besser zeigen das ist die vierer achse also wir kommen vom motor von kleinen achterzahnrädern auf die großen 24 werden übergeleitet hier unten nochmal übergeleitet beziehungsweise die welle von den 24 zahnrädern geht durch gehen nach die u joints werden einmal diagonal nach oben geleitet und dann sollen wir hier die vierer achse einsetzen die hier auf diese zwei jahre halbe lift arme kommt die dann durch eine wellenbewegung durch eine karlangewelle quasi hier oben diese stufen auf und ab bewegt und wird weiter durchgeleitet dann zu dem mechanismus der hier oben die bälle dreht nicht wundern hier oben habe ich habe hier ein bisschen optik betrieben ja hier dieser stadt darauf der ist von mir das normalerweise grauer pin drin ohne fließe drüber genauso wie hier ist normalerweise eine schwarze achse drin ich habe mir das alles ein bisschen angepasst genauso wie hier das ist normalerweise grauer joint ich habe jetzt den schwarzen genommen weil ich hatte einfach ein und das zahlrad hier soll dann ja auch ein beige sein ich hatte noch ein graus deswegen nicht wundern dass es hier ein bisschen anders aussieht aber eine technik ändert das nichts wo war ich also ja die achse also zum einen das reinformeln ist ja schon absolut tricky und da hat sich möglich auch genauso an der anleitung des designers gehalten hier ein bisschen luft lassen hier drüben an der stelle ein bisschen luft lassen läuft kann man so machen klarer fall von denkste wenn ihr das ganze gutes stück jetzt mal anschließt an die box ihr seht es ist ab es ist ab die ist einfach zu kurz die vierer ist definitiv zu kurz ihr könnt euch jetzt damit behelfen dass ihr das gute stück einfach minutiös millimeter genau ausrichtet also immer bis in vier nagel reingeht und stück weiter schieben weiter schieben trotzdem wird er weiter immer abgehen einfachste lösung überhaupt ersetzt den die zwei achse die da drin ist durch eine dreier achse und die ganze sache dort schon viel geschmeidiger so ich habe jetzt einfach nur drei achse eingesetzt die zwei jahre ist hier und wie ihr seht es läuft ohne auseinander zu fallen so einfach ist das ja die zwei jahre da in der mitte getauscht durch eine dreier und alle sind glücklich ich werde die ganze schritt weiter geht jetzt noch ein bisschen hübscher machen ich werde mir dort eine vierer achse einsetzen quasi werde ich diesen ganzen strang durch den ersetzen ja das hier sind diese kleinen u-joints kleine ball u-joints und dass man diesen achse stopper hier hinten rein setzt der sitze quasi genau hier in der lücke so weil hier ist genau eine halbe lift am platz für den kleinen stopper und dann läuft das alles viel 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 geschmeidiger ich baue es gerade mal ein und zeige es euch ja und da ist es schon drin und wie ihr seht es hat den gleichen effekt ich finde es nur ein bisschen optisch ansprechender und ich finde es läuft auch wesentlich geschmeidiger rum vorher hat man da immer noch einen absatz drin und jetzt läuft es schön geschmeidig rund ja das dieser kleine fehler der da drin war ansonsten problemlos auch das gute stück da habe ich einen kleinen kleinen mini lifehack für euch wie ihr das am besten baut ja okay dass mir oben die teile gefilter ist eine sache aber ihr fangt an das gute stück zu bauen mit diesen zahnrad hier unten das sind die 36 großen zahnräder davon insgesamt zehn stück an der zahl damit wir dass die bilder auch immer schön weiter hoch leiten können ist ja darauf zu achten dass der die ausrichtung immer parallel zueinander steht ja also immer im kreuz alles schön aneinander ausgerichtet und wie gesagt kleine mini lifehack ich glaube die versierten bau auf euch werden das kennen wenn ihr die erste achse baut fixiert ihr euch ein bisschen ich habe mir dazu hier so ein stück normale achse genommen durch die waren vorhandenen achsaufnahmen gesteckt bin aufnahmen gesteckt und somit hatte ich das erste ja nicht verwundern dass ihr baut ihr zuletzt ein das hier ist das erste zahnrad was er eingebaut und damit hatte ich das fixiert und es konnte mir nichts mehr abhauen werde ich nachher dran rumgetüftelt habe wie ich die am besten jetzt da rein stecke und ausrichte dass die richtig drin sind ja es konnte einfach nichts mehr verrutschen wie ihr seht ich kann jetzt hier drin ja ist ja quasi jetzt fixiert die guten stücke haben nämlich eine achsaufnahme da habe ich jetzt quasi mit blockiert und somit ist das in der richtigen richtung und alle anderen auch ich könnte jetzt hier theoretisch überall eine achse durch stecken und es wäre alles fixiert das läuft alles ja zu guter letzter noch dass sie unten einsetzen nicht vergessen alle achsen die ihr dann nachher vielleicht sogar mehrere eingesetzt habt wieder rausnehmen selbstverständlich sonst läuft nichts mehr dann kommt ihr baustritt nummer drei an die fließen und an diese nopsy ist hier die dann die ganzen bälle nach oben transportieren habe ich mal hier ja habe ich jetzt einfach nur mal so händisch mit das funktionsprinzip seht da wird dann der ball nach oben geleitet und kommt dann irgendwann hier oben wieder raus und fällt dann auf die harfe beziehungsweise auf das ja ich sage jetzt mal gleitwerk der harfe damit der ball auch wieder runter kommen kann ja das ist bauschritt nummer eins bis drei und ein bisschen quasi weil jetzt geht es weiter mit dem mit der treffe von der harfe dass die bälle auch wieder runter die auffang box kommen ja ich mal weiter bleibt gespannt und bis gleich ja und dann sind wir schon im review drin ja es hat nicht viele bautix gegeben weil wir haben ja nur in anführungsstrichen nur 1500 teile 1500 8 um genau zu sein und ja es hatte mehr jetzt am schluss noch was von strafarbeit als von bauspaß denn die ganzen stufen der harfe hier oben die ihr so seht alles was hier so orange ist runter bis zu dem kleinen lift arm sind sommer summarum über die ganze länge round about 350 teile immer wieder dasselbe ja sprich 27 mal das identische bauen vorne und hinten noch mal ein klein wenig aber abgeändert ja wegen den aufnahmen vorne und hinten und das war es dann auch schon also sprich baut man eigentlich 29 mal dieses kleine element hier oben und dann muss man unten drunter die stangen zusammen puzzle das hatte mehr was von strafarbeit als von bauspaß aber okay dafür haben jetzt ein modell was hier so rum steht und auch bespielt werden will aber vorher noch eine kleine technische information denn zum einen das modell setzt sich plan auf ja jetzt ich kann ja ein bisschen wackeln da kann man das erkennen weil multi hat jeden einen xl motor verwendet nicht werde wie der designer einen motor ja bei dem designer link ist unten in der beschreibung zu der hat einen motor verwendet was aber in meinen augen nicht funktionieren kann da hat möglich schon mit gedacht und dann ein xl eingebaut allerdings haben wollten dann wiederum nicht bedacht dass der xl motor ein bisschen größer ist und ja der ragt darüber hinaus also der xl motor hat unten ja ein zwei millimeter steht er unten über deswegen kann der ganze rahmen hier nicht mehr plan aufsetzen tut dem viel spaß hat aber kein abbruch es bleibt trotzdem stehen es wackelt nicht viel es ist okay noch eine kleine technische änderung war eigentlich auch nicht denn ich hatte bereits erwähnt die achse hier unten drunter habt ihr eben im bau video gesehen ist zu kurz entweder ist die vierer zu kurz oder die dreier zu kurz müsst ihr gegebenenfalls austauschen oder sehr minutiös und haargenau ausrichten oder aber so wie ich in anderen youtube einsetzen ja ich habe es bei mir wegen der optik gemacht wegen dem leichtlauf empfehle ich euch ja auch wenn ihr sowieso teile bestellen muss oder sollen es auch umliegen habt baut sowas ein ist in meinen augen meine persönliche meinung die bessere lösung hier oben bei dem youtube bei dem kader gelenk dasselbe spiel in grün auch diese achse ist zu kurz und das ist jetzt auch kein fehler von walking beziehungsweise indirekt schon weil auch der designer hat es falsch gemacht molly not ging hat es einfach nur 1 zu 1 übernommen und somit ist der fehler da auch drin da braucht ihr aber keinen extra teile ihr könnt einfach die achse hier unter den untersten der untersten nasehörnchen weiter durchstecken hinten den achselber ein bisschen weiter rausziehen damit das weniger spiel hat und dann passt das auch in den u-joint rein in das kadergelenk rein und die ganze sache läuft also da braucht ihr nichts weiter sprich ist es ein fast fast fehlerfreies modell das ist sehr schön das ist sehr gut wobei ja ich weiß nicht ob es kopiert haben ob es geklauter mockus oder wie auch immer denn auch der designer sagt auf seiner seite er hat das auch nur von einem anderen designer übernommen und dann sind jetzt natürlich die streitfragen groß wer war zuerst wir haben jetzt hier stehen alles ist gut ich verlinke alles was ich finden kann unter dem video und bildet euch einen eure eigene meinung dazu ja maße 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 fangen wir auch mal so an in voller breite in voller breite ist das ding nicht gerade klein da haben wir es mit guten 80 zentimetern zu tun in der höhe 40 zentimeter und so in der tiefe haben wir es dann immer noch mit 41 zu tun also ihr braucht ein bisschen platz für das gute gerät aber dann gibt es auch ein haufen spiel spaß ich zeige es euch jetzt erstmal anhand von dem bei der batterie box sowie ihr es auch nach hause bekommt und das gute stück ihr seht die harfe kann man schön trappieren wie man sich das möchte und kann dann hier vorne einfach alles einhängen das ist auch sehr nice ja sprich die kugeln kommen immer wieder zurück in es war sein und werden wieder hoch transportiert können wieder runter laufen und so weiter so ich habe alle bälle schon mal zu rein zusammengetan meine meine ganzen vor den ganzen modellen sprich ich habe jetzt um die keine ahnung 20 bälle bei dem modell dabei sind zehn stück ein paar stück da rein ach mal alle was soll es klemmen das gute stück an die batterie box an und schon beginnt der spaß ja kommt er ist sie nicht so lauffreudig heute die zeit ja wie ihr seht bälle werden hoch transportiert so können sie benutzen regelmäßig reingeschubst werden das ist schon ungefähr das gleiche problem was ich auch bei der bei der mädel an hatte da habe ich ja das war ein bisschen verengt damit die bälle besser da reinlaufen das gute stück hatte mehr oder weniger das gleiche problem die bälle rutschen da nicht so ganz gut ich hab jetzt aber erst mal so gelassen komischerweise der rainbow stay bar da ist das problem nicht oder nur sehr gering naja ok so wie ihr seht es funktioniert es funktioniert sehr gut das freut uns alle und da wollen wir noch mal sehen ob wir die auch alle verbinden so das heißt wir sind mit dem review jetzt eigentlich von diesem modell eigentlich durch und jetzt beginnt mal die spielzeit und wir gucken mal ob wir die auch verbunden kriegen ich habe da schon was vorbereitet oder wie heißt es immer so schön da nehme ich jetzt mal die batterie box weg denn wenn ihr alle dinger immer mit der batterie box betreiben wollt ja werdet ihr auch indirekt deswegen gebe ich da auch den tipp basteln irgendwas dass ihr da um die neuen volt drauf kriegt mit so einem adapter und die ganze sache läuft dann wesentlich geschmeidiger sofern ihr auch wie ich das gbc thema ein bisschen ausbauen möchte so wie gesagt die batterie boxen tue ich mal auf seite weil jede batterie box schluckt wie ich schon gesagt hatte sechs triple a batterie um die erste auf seite ich werde das ganze jetzt mit ein wenig strom betreiben so ich muss mir alles mal ein bisschen jetzt hier ausrichten du kommst dahin du kommst dahin und du kommst so rum eine box mal ein bisschen auf die seite legen anleitung hat bis auf die seite liegen wenn du es gaben zu mir aber übrigens das ist die beute ja das ist übrig geblieben beziehungsweise glaube ich habe ich herausgenommen ich habe generell nur schwarze eingesetzt waren aber auch nicht wie ich glaube 25 stück oder so was so ist es soweit gleich können wir anfangen zu spielen weil ich habe mir jetzt hier eigentlich nur nach lang genug was zusammengeschossen hat ich habe hier unten drin eine trafo von einer led leiste spricht die haut 12 volt raus dann habe ich mir bei amazon hier oben drauf so einen kleinen spannungsmantler besorgt den kann ich runter regeln bis auf 3 volt ja aber er ist regelbar sprich im moment habe ich ihn auf 9 volt eingestellt das war es auch die batterie boxen theoretisch hergeben weiterhin bin ich noch her gegangen da ich das ganze ja so ein bisschen verbinden will und teilweise die motoren unterschiedliche laufrichtungen brauchen habe ich mir einen akku frisiert habt mir das kabel nach draußen gelegt was ich jetzt direkt hier anschließen also der akku selbst ist getrennt von der platine die platine kriegt den strom über meinen spannungswandler ja also safety first da ist alles soweit sicher dann muss ich das ganze jetzt noch verbinden verbinden so das alles ein bisschen farblich markiert auch du musst noch da dran eine kleine verlängerung weil es wie ihr seht ist nicht schon ausmaß an mein tisch ist schon voll und ich habe noch vor mit weiteren gps zu arbeiten und da wird es dann noch voller bei den bei dem rainbow stepper und bei dem bei der hafe jetzt ist auch gar nicht so schlimm wenn ihr da mit den batterie boxen arbeitet wenn die nicht ganz mit neuen volt laufen sprich wenn die batterie leistung nachlässt und das ganze auf achten halb acht runter geht passt das auch noch bei der mail die das ganze wieder anders aus als die braucht fast immer ihre neuen volt um das schwungrad was das ganze antreibt auf die geschwindigkeit zu bringen so es ist alles eingeschaltet und du musst jetzt habe ich alles mit der akku box verbunden und wenn ihr denkt wie will er jetzt die akku box ansteuern zum einen habe ich mir genommen eine sechs kanal akku box und das hat mich den vorteil bei der sechs kanal akku box können wir alle kanäle gleichzeitig ansteuern nur mit einem tastendruck deswegen habe ich mir jetzt hier neben auch so eine kleine schnecke herangebaut was mir quasi jetzt meinen pin meinen stick in einer richtung hält nämlich auf vollgas in dem falle ich könnte es aber noch weiter runter regeln habe ich habe gesagt diese gute bahn gebraucht fast immer ihre neuen volt deswegen vollgas noch dazu kann man hier sehr einfach noch einfacher als bei der standard digitalen fernbedienung die laufrichtung der motoren ändern teilweise muss man das nicht machen hier ist zwingend notwendig dass die hochlaufen beim rainbow stepper ist das relativ egal ja der macht ja in und hoch und runter bewegung und hier ist es wieder wichtig wegen dem sprung rad so akku box einschalten werden bedienung einschalten und es läuft dann alles da werden schon die bälle hochgeschossen und ja du bist ein kleiner torte du bist so ein torte herzlichen glückwunsch ich habe mal kurz meine bälle ein und dann kommt wieder ja da bin ich wieder so kleine panne man muss natürlich immer darauf achten dass auch immer das ende am nächsten anfang ist und umgedreht habe ich an dieser stelle dafür nicht vergessen ja kleiner kleiner torte der ich bin aber jetzt geht's los jetzt kann ich euch zeigen ungemütlich dabei ein kaffee trinken also ich finde das richtig nett wie das alles so schön vor sich hin summt ja auch wenn die diverse leute wissen wollen wie die harfe klingt nein ich werde musikalisch so was von unbegabt dann müsst ihr leider darauf verzichten ja auch wie ihr seht auch meine der mape run funktioniert jetzt fast fast tadellos wenn sie nicht gerade wieder die welchen uneinig sind wo sie lang sollen ja da fliegen die erste schon wieder runter da muss man echt bei der mape run muss man echt minus und haarklein die ganzen sachen ausrichten hier und da von den rosen noch mal einen millimeter abnehmen damit das dann alles passt und ihr seht es klappt jetzt zu großen teilen aber auch noch nicht hundertprozentig das ist echt eine absolute feinjustierung juhu hier fliegen die bälle rum ich habe mein spaß mal gucken wie viel ich nachher noch wieder finde aber wie ihr seht der rutschlauf funktioniert einmal frei eine riesen gaudi ich habe die hände frei ich muss nichts anstellen abstellen durch meine fernbedienungsmodifikationen wie auch immer ja und dann kann man sich daran erfreuen wie die berlin herumlaufen rumfliegen in der gegend und in sachen gpc hatte ich ja schon bereits angekündigt es wird noch mehr geben ich habe noch zwei stücke in planung mindestens dauert allerdings ein bisschen bis sie jetzt kommen weil der eine ist doch sehr aufwendig davon beziehungsweise die ganzen teile müssen auch erst mal eintrunnen ja mag mir nichts weiter zu sagen außer bleibt schön gesund da draußen klemmt was feines habt spaß und bis bald ja 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 ja